Was wie ein April-Scherz klingt, ist tatsächlich wahr. ChatGBT ist kaum ein Jahr auf dem Markt und schon denkt die Koalition darüber nach, eine sogenannte KI-Steuer einzuführen. Geht's noch? Hier sieht man wirklich, wie klamm wohl die deutsche Regierung ist. Liegt es am Urteil des Bundesverfassungsgerichts kürzlich oder einfach nur deswegen, weil einfach viel zu viel Geld für alles Mögliche ausgegeben wird und somit der Haushalt nicht ausgeglichen werden kann, dass immer neue Steuerschlupflöcher gestopft werden müssen und man sich immer neue Steuern einfallen muss. Es gibt tatsächlich Länder übrigens, da muss man hier fürs Heiraten Steuern bezahlen. Soweit ist man in Deutschland noch nicht, aber wie gesagt, jetzt soll hier über eine KI-Steuer öffentlich diskutiert werden. Sowohl die Grünen als auch die SPD halten das für einen sinnvollen Vorschlag. Anstatt Deutschland innovativer zu machen und den Einsatz von Technik zu belohnen, Innovation zu fördern, wird hier letztlich der Riegel vor die Innovation geschoben. Unternehmen, die KI-Systeme einsetzen, sollen möglicherweise in Zukunft eine KI-Steuer bezahlen. Im Ausgleich für zurückgehende Sozialabgaben, denn wenn die KI-Software natürlich viele Mitarbeiter ersetzt, die früher bei dem Unternehmen hier tätig waren, dann sind diese Mitarbeiter arbeitslos und es fließen weniger Sozialabgaben in die Kasse des Staates. Also sagt der Staat wunderbar, wir wollten ja schon immer die Unternehmen noch mehr besteuern. Das ist doch eine gute Gelegenheit. Du musst jetzt eine Strafsteuer bezahlen, weil du KI-Software einsetzt. Nun, das sind wieder mal Pläne, die dir zeigen, warum Deutschland im internationalen Vergleich als der kranke Mann Europas gilt. Hier werden keine kreativen Ideen entwickelt, wie man hier sinnvoll Steuereinnahmen verwalten und vielleicht auch anders generieren kann. Natürlich, die Zeiten ändern sich. Natürlich muss man als Staat hier reagieren. Aber jede Gelegenheit zu nutzen, um Steuern zu erhöhen, kann nun wirklich nicht für den Staat oder die Bürger tatsächlich das Richtige sein. Viel mehr muss daran gearbeitet werden, die Kosten des Staates zu reduzieren. Und da gibt es ganz sicherlich viele Positionen, wo in Deutschland gespart werden kann. Dass es wieder einmal die Unternehmen sind, die Unternehmer, die hier bluten müssen, die wieder mal die Zeche bezahlen müssen, ist natürlich nichts Neues. Man kann natürlich schlecht von den Verbrauchern hier eine KI-Steuer verlangen. So nach dem Motto, jedes System, was hier KI verwendet, da muss man eine einprozentige Steuer auf den Kaufpreis bezahlen oder die Mehrwertsteuer wird erhöht oder sowas. Sowas ist natürlich auch absolut abwegig. Genauso abwegig ist eben auch eine KI-Strafsteuer für Unternehmen, die KI-Software verwenden. Die Politiker berufen sich natürlich auf Industriekapitäne, ganz besondere Bill Gates. Bill Gates selbst hat gesagt, Ja, es ist unbedingt notwendig, eine KI-Steuer oder eine Robotersteuer einzuführen. Denn wie gesagt, zu viele Arbeitsplätze fallen weg. Und das Loch in den Kassen muss ja irgendwo ausgeglichen werden. Ist natürlich ein sehr interessanter Vorschlag von Bill Gates. Der schlägt ja allen möglichen Schwachsinn vor. Interessant natürlich ist auch, dass er selbst nicht im Robotergeschäft ist. Und das ist so das Typische, was man von Bill Gates kennt. Alle seine guten Ratschläge und alles, was er so von sich gibt, seine ganzen Empfehlungen für Afrika, sein Gutmenschsein und so weiter und so fort. Betrifft ihn immer alles selbst nicht. Ja, das sind immer alles andere, die dafür bezahlen, die dafür bluten, die dafür leiden müssen. Typisch Bill Gates eben. Aber den Politikern spricht er hier natürlich aus der Seele. Denn die Politiker suchen ja immer Wege, wie sie hier die Bürger weiter schröpfen können. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wie realistisch ist so eine KI-Steuer? Nun, man redet ja schon sehr lange hier von einer sogenannten Techniksteuer. Die Techniksteuer ist ja auch nie wirklich Realität geworden. Man muss sehen, ob es bei der KI-Steuer anders wird. Was ich mir tatsächlich vorstellen kann, ist eben, dass tatsächlich die Kassen sehr klamm sind im Moment, dass eben viel zu wenig Geld ist und man eben tatsächlich versucht, hier neue Wege zu finden, mehr Steuereinnahmen zu generieren. Aber auch grundsätzlich haben es ja die Politiker auf die digitalen Konzerne abgesehen. Nicht nur die Linken, von denen man das ja erwartet. Auch zum Beispiel solche Parteien wie CDU und selbst die AfD wollen hier die großen Konzerne schröpfen über eine Digitalsteuer. So nach dem Motto, keiner hat Mitleid mit den großen internationalen Konzernen. Dem Bürger ist das völlig gleich. Oder es ist ihm sogar recht, wenn Google, Facebook und so weiter und so fort hier ordentlich zur Kasse gebeten werden und man hier so richtig schön abdrücken dürfen. Das sind ja sowieso alles Milliardäre. Denn Milliardären nehmen es mir weg. Das beeinflusst ja das Leben des Normalbürgers nicht. Hier ist immer zu beachten, dass neue Steuern immer gern für Milliardäre eingeführt werden. Und am Ende ist doch dann jeder davon betroffen. Man denke nur zum Beispiel an die Abgeltungssteuer. Die Abgeltungssteuer wurde ja zunächst eingeführt, damit gewertmiche Wertpapier und ähnliche Händler hier eine Steuer auf diese Erträge bezahlen müssen. Mittlerweile muss sie jeder bezahlen. Oder wir denken an die erweitert beschränkte Steuerpflicht oder an die Wegzugsteuer. Das sind jeweils Steuergesetzgebungen, die eingeführt wurden, um Milliardäre daran zu hindern, vor allem in die Schweiz umzuziehen. Heute ist jeder davon betroffen. Jeder Freiberufler, der ins Ausland zieht, jeder Unternehmer, der an einer kleinen GmbH beteiligt ist, muss heute diese Steuern zahlen. Also sei vorsichtig, wenn du Steuern für Milliardäre forderst, sehr schnell bist du selbst davon betroffen, auch wenn du nicht reich, superreich oder gar Milliardär bist. Der richtige Weg für Deutschland wäre ganz sicherlich, hier zu seiner Innovationskraft zurückzufinden und tatsächlich hier als technischer Standort in Europa und der Welt sich zu behaupten. Ganz sicherlich ist man einer totalen Sackgasse, wenn man davon spricht, die Nutzung einer neuen Technologie unattraktiv zu machen, weil man hier eine KI-Steuer auf deren Nutzung erhebt. Es hat einen Grund, warum die großen Technikkonzerne in den USA sind. Wir haben ja in Deutschland gerade mal noch SAP, über die wir uns doch so ein bisschen freuen können. Ansonsten ist ja da totale Innovationswüste, was große Tech-Konzerne anbelangt. Deutschland sollte sich hier eine Scheibe abschneiden von dem, was in den USA und in anderen Ländern passiert, wo massiv in KI-Infrastruktur investiert wird und es ähnlich attraktiv und interessant machen, nicht nur steuerlich, sondern auch was die Reduzierung von Regularien, Auflagen und so weiter betrifft, hier tatsächlich Innovatoren anzulocken und interessante Unternehmen zu gründen und zu bauen, die Mitarbeiter anstellen, die Investoren belohnen und die dem Staat natürlich auch Steuern bescheren. Aber daran sieht man wieder mal, besser ist es, bis das tatsächlich passiert, ins Ausland auszuwandern und sich dort sein eigenes Business zu bauen, als hier sich weiterhin vom deutschen Staat schröpfen zu lassen. Oder? Wenn das Thema Auswandern auch für dich interessant ist und sich dort steuerliche Fragen dazu ergeben, dann würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Wir machen seit fast 20 Jahren nichts anderes, als man dann zu beraten, ins Ausland umzuziehen und ihre steuerliche Situation entsprechend zu optimieren. Den Link zum Beratungsgespräch packe ich hier in die Beschreibung rein. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen und über dein Auslandsvorhaben zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.